Musik Ernst Bachmann war ein deutscher Panzerkommandant im Zweiten Weltkrieg. Zunächst wurde er an der Ostfront eingesetzt, wo er schwer verwundet wurde. Ende 1943 wurde Ernst Bachmann zum Dienstgrad eines SS-Unterscharführers erhoben. Anfang 1944 wurde seine gesamte Division nach Südfrankreich in die Gegend von Bordeaux verlegt, zur Erholung und zur Reorganisation als Panzerdivision. Um auf die alliierte Landung am D-Day, dem 6. Juni 1944, zu reagieren, wurde die zweite SS-Panzerdivision, das Reich, nach Norden beordert, um in das Schlachtgeschehen einzugreifen. Musik 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 Anfang Juli 1944 wurde die Division von Bordeaux verletzt, Musik 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 Am 8. Juli war Bachmanns Kompanie die Schwerspitze des Regimentsangriffs gegen die vorrückenden Amerikaner Musik 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 Am 8. Juli war Bachmanns Kompanie die Schwerspitze des Regimentsangriffs gegen die vorrückenden Amerikaner Einheiten. Musik An diesem Tag schauss Ernst Bachmann seinen ersten alliierten Sherman-Panzer ab in der Nähe von Saint-Lô. Musik Vier Tage später, am 12. Juli, zerstörte Bachmanns zwei weitere Shermans und machte einen dritten unbrauchbar. Musik Musik Während dieser Refechtsituation fuhr Bachmann seinen Panther in eine gut getarnte Hinterhaltposition, um auf weitere vorrückende alliierten Panzer zu warten. Musik Dabei schoss er drei weitere Shermans ab. Musik 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 bzw. Danach wurde Bachmanns Panther von einer Packgranate getroffen und in Brand geschossen. Er ließ die Besatzung ausboten und es gelang ihnen das Feuer zu löschen. Nach diesen Aktionen wurde der Panther zur Reparatur in die Feldinstandsetzung gebracht. Am Morgen des 14. Juli, nach einem Tag Pause, wurde Bachmann beauftragt, vier Panther zurückzuholen, die hinter den feindlichen Linien abgeschnitten waren. Das gelang ihm und während des Durchbruchs schoss er weitere drei Shermans an. Am Mittag des gleichen Tages wurde Bachmann vom Regimentskommandeur SS-Obersturmbandführer Tüchsen beauftragt, verwundete deutsche Soldaten zu befreien, die hinter den Linien von den Amerikanern gefangen gehalten wurden. Erneut gelang ihm auch dies und am Abend kam sein eigener Panther von der Instandsetzung zurück. Am 26. Juli bekam Bachmanns Panther Motorprobleme und musste wieder in die Instandsetzung. Während die Mechaniker daran arbeiteten, wurde die Instandsetzungseinheit von alliierten Jagdbombern angegriffen und Bachmanns Panther erhielt Treffer im Motorbereich. In der Morgendämmerung des nächsten Tages, am 27. Juli, war sein Panther endlich repariert, aber Bachmann war vom Rest der Kompanie abgeschnitten und machte sich auf den Weg, um mit ihr aufzuschließen. Dabei wurde Bachmann in der Nähe des Dorfes Le Louré von sich zurückziehenden deutschen Einheiten gestoppt, die ihm berichteten, dass die Amerikaner ihnen dicht nachrufen. Ich habe meine Ansatellien, dass die Schwchenberger Zeit instabilityunt erhongt zu gehen, ich habe alle Glalkozorgungsgerät durch Zuschauen geöffnet sein. Ernst Bartmann entschloss sich, zwei seiner Männer zur Beobachtung loszuschicken, um die Nachricht zu bestätigen. Bald darauf kamen sie zurück und berichteten von einer amerikanischen Kolonne mit 15 Shermans und anderen Fahrzeugen. Daraufhin bewegte Bartmann seinen Panzer die Straße entlang zur nächsten Kreuzung, wo er den Panther neben einer Eichenallee positionierte, um auf dem Feind zu warten. Als sich die amerikanische Kolonne auf Kampfentfernung näherte, eröffnete Bartmann das Feuer und schoss die beiden führenden Panzer ab und direkt danach einen Tanker. Zwei weitere Shermans versuchten, um die brennenden Wracks herumzukommen, die die Straße blockierten. Auch diese beiden Shermans wurden ausgeschaltet. Daraufhin stoppten die Amerikaner und zogen sich zurück, um taktische Jagdbomber-Unterstützung anzufordern. Bei dem Luftschlag wurde der Panther schwer beschädigt und einige Besatzungsmitglieder verwundet. Um dabei das Überraschungsmoment zu nutzen, griffen zwei Shermans den Panther an, aber beide wurden von Bartmann abgeschossen. Bartmann reparierte mit seinen Männern den Panzer notdürftig und zog sich zurück. Dabei wurde ein weiterer Sherman zerstört. Bartmanns Fahrer schaffte es, den angeschlagenen Panther in das nahegelegenen Dorf Nafur in Sicherheit zu bringen. Dieses Gefecht wird oft als Bartmanns Corner bezeichnet. Dabei zerstörte Ernst Bartmann neun Sherman-Panzer und etliche andere Fahrzeuge. Am nächsten Tag, dem 28. Juli, erreichte Bartmann Coutensé, wo er sich wieder seiner Kompanie eingliedern konnte. Diese befand sich in schweren Gefechten und innerhalb der nächsten zwei Tage schoss Bartmann 15 Shermans ab und zerstörte weitere Fahrzeuge. Blusatmann Blusat & Zing Am 30. Juli schlossen die Amerikaner Grandville ein, aber Bachmann versuchte auszubrechen mit einem weiteren beschädigten Panther im Schlepp. Als das nicht gelang, entschied man sich, den beschädigten Panther aufzugeben und in Brand zu setzen. Dabei fing aber auch Bachmanns Panther Feuer und ging verloren. Beide Besatzungen waren nun gezwungen, sich zu Fuß durchzuschlagen zu den sieben Kilometer weit entfernten deutschen Linien. Bachmann erreichte Affranches am 5. August und wurde wärmstens von seinen Kameraden empfangen. Es hatte sich bereits herumgesprochen, was Bachmann erreicht hatte. Für seinen Mut und seine Fähigkeiten wurde Ernst Bachmann für das Ritterkreuz nominiert. Untertitelung des ZDF für funk, 2017